Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner und wie ihr sehen könnt, sind wir einmal im Timelapse, denn ich habe mal wieder in der letzten Folge nicht darauf geachtet, wo wir genau unsere Sachen abliefern sollen und ich dachte, ich fahre einfach mal eine etwas andere Tour, um euch ein kleines bisschen Abwechslung zu bieten und das war genau der Fehler. Ich hätte bei dem Weg bleiben sollen, den ich mir vorgenommen hatte zu gehen, aber nichtsdestotrotz, wir machen das jetzt im Timelapse, ich bringe das jetzt gerade hin und wir sehen uns gleich wieder. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. I'm not the guy who gets my baby a ring. I won't be anybody's steady thing. And baby, 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 it ain't down the line. Oh, if you ain't got nothing better to do, let's waste some time. Oh, if you ain't got nothing better to do, let's waste some time. Oh, if you ain't got nothing better to do, let's waste some time. Machen wir mal einen anderen Weg, als nur hier auf der Straße entlang. Wir sind ja ein Offroad-Simulator und kein... Wie heißt der? ETS? Europe Truck Simulator. Tja, hätte ich halt vorher doch nochmal richtig auf die Karte geguckt. Aber haben wir ja schnell gemacht. Das war jetzt nicht... Mit dem 605er ist das ja eine schnelle Nummer. Und damit haben wir nämlich dann auch hier die Aufgabe fertig. Das ist hervorragend. Das heißt, wir können dann gleich schauen, was wir als nächstes noch machen. Müssen wir aber gucken. Das habe ich überhaupt nicht im Kopf. Vielleicht haben wir da noch eine Aufgabe in Richtung der Fähre. So, dass wir da noch eine andere Möglichkeit haben, hin und her zu transportieren, die Sachen. Und ich weiß immer noch nicht, für die eine Aufgabe müssen wir diesen Futon-Anhänger transportieren. Ich weiß immer noch nicht, ob der einen Futon unbedingt benötigt. Es wäre natürlich angenehm, wenn nicht. Ich weiß nicht, aber ob man den irgendwie noch ankoppeln kann. Aber das finden wir auch heraus. Ich denke, dass ich es erst einmal so probieren werde. Notfalls wird der einfach abgeschleppt und dann in diese entsprechende Area geschliffen. Dann wird das nämlich auch reichen. Meistens muss man den nur in irgendeine Zone schieben ziehen. Wie auch letztens mit den mit den Containern, mit den Wohncontainern, die ja quasi auf dem Anhänger draufstehen konnten, nur lose sein mussten. Das war schon ein Aufwandschanger. Mal, wenn du das alles abladen musst. Es gibt manchmal bei den Wohncontainern diese andere Abladestelle, die überdacht ist, wo man die dann eigentlich mit einem mit einem mit einem Forkliff, also mit einem mit dem Teleskop-Lader reinbringen soll. Aber das hatten wir ja schon. Das macht keiner. Und ich bezweifle, dass die da irgendwas groß geändert haben. So, wir fahren mal hier rüber. So, ich möchte einmal noch ein Foto machen. Das ist so doof, dass sie das geändert haben. Der Abstand mit der Kamera war mal größer gewesen. Das haben sie jetzt haben sie vor längerem schon wieder rückgängig gemacht, weil man echt weit fliegen konnte. Und dadurch konnte man so ein bisschen die Gegend erkunden. Das wollten sie scheinbar nicht. Ja. Gucken wir mal. Damit haben wir die Brücke fertig. Großartig. Motor aus. Wir gehen mal auf die Karte und schauen einmal, was wir als nächstes machen können. Das machen wir erst nochmal gemeinsam. Vielleicht finden wir schnell was. Ah, den Plan, den müssen wir zur Sägemühle bringen. Und zur Sägemühle müssen wir auch Fahrzeugersatzteile liefern. Okay. Und wir müssen Metallrollen holen. Sechs Metallrollen zur Sägemühle. Sechs Metallrollen. Die Konstellation können wir gerade sechs Sachen transportieren. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Lagerhauszugang. Klingt auch nicht verkehrt. Auch wieder was die Fahrzeugberelle ist. Sprit haben wir noch genug. Ist alles da. Metallrollen können wir alles schön aufladen. Und dann haben wir noch Fahrzeugersatzteile. Vier Stück. Da überlege ich gerade, ob wir das irgendwie kombinieren können mit dem Sattelauflieger, der da hinten steht, bei dem ja noch irgendwelche Sachen drauf sind. Ich weiß gerade nicht mehr genau was. Aber eigentlich ist das nicht so weit entfernt. Sägewerk und die Fahrzeugersatzteile. Sägemühle. Entschuldigung. Sodass wir das eigentlich dann auch hier gerade in dem Zug machen können. Das ist noch etwas, was mir auch fehlt, was ich nicht so ganz verstehe, warum sie das nicht nativ integrieren. Ich glaube, es gibt eine Mod dafür, aber ein Drehschemel, sodass man einen Auflieger als ganz normalen Sattelanhänger äh, ganz normal, dass man einen jetzt habe ich total Quatsch erzählt einen Anhänger der einen Sattel oben drauf hat, sodass man einen Sattelauflieger als ganz normalen Anhänger benutzen kann. Das gibt's in der Realität. Ist jetzt nichts irgendwie Fiktives oder so. Und das hat ja auch seine, seine Nachteile und zwar die Lenkbarkeit beim Rückwärtsfahren ist super krass, weil du hast quasi ähm nochmal, ich meine nochmal einen Drehpunkt mehr wie jetzt, oder? Nee, man hat nicht nochmal einen Drehpunkt mehr wie jetzt. Hier vorne dreht sich ja jetzt auch schon der der Drehschemel. Nee, dann ist es nicht noch schwerer. Aber es würde ja nochmal irgendwie so ein bisschen Vielfalt ins Spiel reinbringen. Ich fände es nicht verkehrt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es müsste ja jetzt dann im November, Ende November, Anfang Dezember müsste nochmal eine weitere, ein weiterer Trailer zu Roadcraft kommen und ich bin so ein bisschen zwiegespalten ein paar Videos, die ich gesehen habe von anderen YouTubern, wo sie das nochmal so ein bisschen analysieren und sehr, sehr die Erwartungen hochschrauben, dass das das Spiel sei, was sich alle SnowRunner gewünscht hätten. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt, weil sie ja wirklich das Ziel verlagert haben. Es geht also nicht mehr, es ist nicht SnowRunner mit der Fähigkeit Straßen bauen zu können, sondern es ist mehr ein Straßenverwaltungssystem, glaube ich. Und das macht mir eher so ein bisschen Sorgen, denn SnowRunner lebt halt schon davon, dass man durch den Matsch fährt und sich überlegen muss, kann ich da jetzt durch das Loch durchfahren oder nicht. Und wie man gesehen hat in dem einen Trailer, kannst du ja so Waypoints setzen und der fährt dann von selbst den Weg. Das kann seinen Charme haben, also ich will gar nicht sagen, dass das Spiel, dass die Idee, das alles zu machen nicht gut sei, sondern nur, man darf nicht, ich glaube, also, vielleicht will ich auch nicht enttäuscht werden, so wie bei Expeditions, aber ich glaube nicht, dass das das Spiel werden wird, was wir uns alle gewünscht haben, weil man wird auch einige Sachen aufgeben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Keine Ahnung, wird man selber einen Straßenfertiger fahren oder wird man dann nur sagen, hier mach mal Straße und dann macht der einem die Straße? Die haben das cinematic mäßig ja so ein bisschen gezeigt, aber ist das das, was du selber machst oder nur das, was du siehst? Und wie wird sich das verhalten? Also Schüttgüter empfand ich zum Beispiel jetzt mal verglichen mit dem LS 19 fand ich immer so ein bisschen weird, also die haben sich immer so ein bisschen komisch verhalten und dann gab es ja mal Gold Rush glaube ich hieß das Gold Rush in Alaska wo das Verhalten von Erde Sand auch nicht besonders nice fand muss ich sagen also es hat sich nicht angefühlt wie als würde man jetzt gerade so richtig Sand schaufeln oder Erde schaufeln ihr wisst ihr wisst was ich meine oh ja es ist okay ich dachte ich fahre den Weg gerade aber da hätte ich noch ein Stück weiter hoch gemusst ja aber es ist okay unten lang also wenn man das dann selber fährt wie funktioniert das dann gibt es ja im LS Schüttgüter die kann man relativ einfach behandeln also indem man wirklich einfach nur sagt von A nach B schütten und dann funktioniert das man braucht also nicht zwangsläufig irgendwie einen Teleskoplader oder sowas mit einer Schaufel vorne dran aber wie werden sie das hier machen ne wirst du auch nur ähm mit deinem was weiß ich mit deinem Asphalt Transport Fahrzeug was auch immer das ist das gibt es ja so wenn die besonders flüssig sind dann ist das wie so ein Tank und dann gibt es aber auch noch die Varianten wo es quasi unterm Strich einfach nur ein Muldenkipper ist eine Mulde in die das reingeschüttet wird so und dann fährst du unter irgendeinen Teil und dann fällt das von oben nach unten und du schüttest das da nicht irgendwo hin und dann muss es verteilt werden sondern du schüttest das quasi in den Straßenfertiger rein und das ist dann ein fertiger Prozess wo du quasi nicht groß was machen musst hat alles deine Vor- und Nachteile ist keine Frage aber ja ich weiß noch nicht also ich bin sehr sehr gespannt was sie da in dem neuen Trailer der ja noch dieses Jahr kommen sollte das hatte ich gelesen als offizieller Post von Saber dass es dieses Jahr noch dazu einen neuen Trailer gibt bin ich richtig ja unten lang fahren also was mir halt auch gefallen könnte wäre im LS ist es so du hast eine Karte und diese Karte die veränderst du das ist das ist das Ziel darauf zu spielen und diese Karte zu verändern und hier hast du diese Veränderung der Karte ja überhaupt nicht aber dafür wechselst du auch oft die Karten durch und ich glaube mir würde auch sehr sehr gut gefallen wenn man so eine große Spielwiese hätte so eine sehr sehr große Karte auf der man unterwegs ist und quasi das Ziel persönlich hat die gesamte das gesamte Straßennetz wieder herzustellen so die Infrastruktur Brücken zu bauen aber richtig Brücken zu bauen also die brauchen ich weiß nicht die Begriffe davon aber die brauchen ja links und rechts so ein Fundament und vielleicht auch noch einen Pfeiler in der Mitte und den muss man bauen aber nochmal es soll nicht ein Bausimulator werden sondern es geht schon auch um den Transport dorthin und dass das alles hier am Anfang erst äh wie sagt man ähm ne ich komme auf den Begriff nicht ne also hier als man diese Brücke hier bauen musste war hier ja noch nichts ja das heißt man muss erst mit dem Bulldozer ein bisschen Platz machen und Wege geschaffen und ähm ja ich bin äh zu weit weil ich gerade so am Denken war Denken und Wissen überlässt man dem Haas die haben bessere Zähne und dann müsst ihr sagen das verstehe ich nicht und dann sag ich siehste Denke bringt nichts das ist das ist Okay. Aber ich würde schon sagen, so mittlerweile hat man es raus Ist nicht perfekt, aber es klappt, irgendwie So ganz am Anfang, erinnere ich mich War schon War schon eine Hausnummer schwieriger Jetzt gucken wir aber gleich Wo müssen wir es hin? Ganz hinten Okay, da können wir einmal rumfahren Meine lieben Freunde Das war es allerdings von dieser Folge Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Das hat mir sehr viel Spaß gemacht Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet Und dann schauen wir mal Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Folge Einen schlechten Start fertig zu machen Also, macht's gut Bis dahin Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao